Hallo. 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 Heute wollen wir euch von unseren neuesten Ideen erzählen. Wir haben das innenlose Regenwetter und die langen Winterabende benutzt, um etwas zu entwickeln, wovon wir hoffen, dass es euch gefallen wird. Und zwar unseren Online-Shop, das Way Out West Emporium. Hier gibt es Sachen, die ihr schon aus unseren Filmen kennt. Aber seid nicht enttäuscht, wenn ihr nur wenige Artikel bisher findet, wir stehen hier erst am Anfang. Aber schaut einfach mal rein, vielleicht findet ihr etwas, was euch schon aus den Filmen gefallen hat. Schaut einfach mal vorbei. Okay. Schaut einfach mal vorbei. Schaut einfach mal vorbei. Ja. It's mostly in English. Aber. Aber. Wenn ihr damit Probleme oder Schwierigkeiten habt, uns einfach eine Nachricht schicken und wir werden euch helfen. In Deutsch. In Deutsch. Ja. Okay. Look out for the link at the end. Die Webseite ist am Ende dieses Videos zu sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.